Meine Tante Marlene hat gesagt, ich soll in unser Haus bleiben, weil mein Vater in den Kampf ziehen muss. Mein Vater ist der mutigste Mann auf der ganzen Welt, aber ich bin schon lange hier und er ist nicht gekommen, um mich abzuholen. Manchmal kommen böse Leute und flüstern mir etwas zu und ich will, dass mein Vater sie wegjagt, aber er ist nicht hier. Und manchmal, wenn es dunkel wird, möchte ich mit meiner Puppe spielen, aber das kann ich nicht, weil ich sie in der Stadt gelassen habe. Könnt ihr vielleicht meine Puppe suchen? Könnt ihr vielleicht? Könnt ihr vielleicht? Könnt ihr vielleicht nicht? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.